Oh mein Gott, schönes Teamwork, Anton. Richtig schönes Teamwork. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zum nächsten Tag hier im COD-Mai. Dabei ist heute Anton, natürlich. Heute machen wir BO2 und Leute, ihr müsst euch vorstellen, es ist so belastend. Und wir haben gerade schon 35 Minuten aufgenommen, da habe ich gemerkt, dass ich Antons Stimme vergessen habe aufzunehmen. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Das war es wirklich dann komplett. Egal, eine Runde Slumps, Herrschaft, klingt auch nicht schlecht. Natürlich kommt heute auch ein anderes Black Ops 2 Video auf Antons Kanal. Auf jeden Fall dort auch vorbeischauen. Let's go. Na Leute, ihr habt jetzt wenigstens die Frage, dass wir jetzt extrem eingespielt sind. Also, das dürfte heute nicht das Problem sein, dass ihr gute Szenen seht. Das sollte heute auf jeden Fall gegeben sein. Boah, wie du ihn gegeben hast, nicht dem anderen. Noch einer bei wem. Oh, hatte einen habe ich? Nice. Einer noch müsste es noch bei Blue sein, so. Okay, hat den anderen. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Drohne? Oh, Graves. Einer ist noch Graves. Ich habe ihn angehettet. Ich gucke die rechte Seite. Quante Drohne? Sehr schön. Ich gucke in Blue rein. Nein, er ist über die Wand geklettert, Digga. Er läuft in Blue rein. Blue, Blue, Blue. Ah, jetzt bin ich tot, Digga. Ey, das sind auch wieder Tryhards, man. Wow. Ja, Digga. Süder. Ja, man muss gegen die echt schwitzen, aber auch. Hup. Was? Ich weiß, dass er vor mir ist, aber ich weiß nicht, wo. Das ist frustrierend. Okay, wir haben jetzt rechts ein Geschütz. Nein, ich versuche mich bei Blue vor. Oh mein Gott, Digga. Einer ist links. Er ist trotzdem durchgekommen. Wie geht das? Ich veraime alles. Einer ist Blue. Ich höre ihn. Noch einer hier, Marcel, bei mir. Ich komme auf Blue. Hast du ab, den anderen? Okay, Sauber. Einer ist wieder bei B. Digga, das ist so sweaty, Leute. So ist es die ganze Zeit. Oh mein Gott, Digga. Alter, was für ein Gunfight, man. Holy. Von mir auch, Digga. Die kommen jetzt hier. Ich schwitze gerade. Er ist ein Headbridge. Hast du ihn? Nee, ne? Nee, noch nicht. Der andere ist immer noch da. Oh mein Gott. Ein Midi-Punkt für Orbi. Ab Orbi im Heel. Sauber, sauber. Hau raus. Hm. Oh, hätte ich ihm den Term gegeben. Okay, Leute. Jetzt geht es hier mal richtig rund. Ja, alle sind gekwittet. So lächerlich, Digga. Oh, es gibt nichts Geißes, als schon vorher loszuspringen, Anton. So pre-jumpen richtig. Ja, Digga. Was macht der kleine Wichster da? Ah, er wollte sich verstecken. Der hat immer fast gleich viele Kills. Das ist so lustig. Ah, du hast immer ein bisschen mehr. Wo war der? Außen, ganz außen links. Ah ja. Nein, Mann. Dieser ZIDA. Wo ist der andere? Okay, komm. Alter, Leute. Das ist so gestört, diese Lobbys. Alter. Komm, Marcelo. Hier außen. Oh mein Gott. Schönes Teamwork, Anton. Richtig schönes Teamwork. Nein, ich bin so dumm. Ja, jetzt kommen sie wieder. Da springt er schon. Und da auch. Ey, Leute. Was soll man da machen? Ja, jetzt kriege ich auch ein C4. Alles klar. Ja, ich habe Krabi mit C4 geholt. Ich hätte so ein Quad-Fit gegen die gerade machen können. Ah, okay. ZIDA ist rausgegangen. Ich habe keinen Bock mehr. Dann mache ich jetzt den Quad-Fit, oder? Einer ist Blue. Einer ist Blue. Okay. Krabi natürlich. Ich habe ihn. Ich glaube, so eine gute Position eigentlich. Oh, haben wir die gefickt, Anton. Das war schön. Krabi habe ich. Jetzt ist er in den Spawn gedrückt worden. Die müssen jetzt hier bei dir Polizeikar kommen. Ne, die kommen bei dir. Was? Digga, das ist lächerlich gewesen. Das war lächerlich. Haben beide geholt, Digga. Das war so big. Puh. Ja, Krabi wirft C4, Digga. Mit Krabi fühlt sich das schon gut an, ne? Ja, aber jetzt steht auch ziemlich schlecht eigentlich. Jetzt haben wir ihn schon gestreut. Ja, jetzt hat er mich wieder. Oh, den anderen aber, Digga. Den habe ich... Schön auf der Stelle gesprungen, Digga. Da kommt er gleich. Ich gucke links. Wow. Haben wir noch C4 rübergeschmissen. Das wäre eigentlich die schönste Killkandal. Das mache ich mal so komische Sachen, Alter. Das habe ich zweimal so schnell hintereinander geholt. Er kommt wieder hier, Krabi. Ich bin so reingeschränkt, nur um das C4 zu scheißen. Digga, das war so sweaty gegen den, Alter. Ja, Mann, Digga. Ich weiß nicht, warum er sich das überhaupt antut, Alter. So, Leute. Jetzt nochmal eine Runde Tryhardt. Also, was heißt eine Runde Tryhardt? Wir haben die ganze Zeit getriert. Aber jetzt nochmal eine Runde. Vielleicht auch mal ein gutes Gameplay. Ey, Leute. Ihr habt gesehen, wie wir gerade geschwitzt haben. Früher habt ihr ja immer nur die Noob-Lobbys gesehen. In 2013 bis 2015. Ah, gesichert. WHAA! Wie wird gesichert? Nein. Er hackt wieder. Er hackt, er hackt, Digga. Er hackt 100%. Wenn er nicht hackt, dann wurde ich gerade so gefickt, Digga. Dann wurde ich so gut prediktet. Was? Das ist halt dieser ekligste Hack, Digga. Dieser Redbox-Hack. Die sehen halt immer perfekt von wo wir kommen. Ja, die wollen auch mal unsere Gameplays von 2014 nachspielen. Was soll man machen? Mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Turn on the Zodus, Marcel. Sauber. Oh, der war richtig schmackhaft. Mackie, Mackie, Lucky. Sauber. Das klingt gut. Die kommen jetzt hier alle außen. Von deiner Sicht aus. Ja, Alex, Foot. Ja, kriege ich natürlich nicht. Das ist noch unten im Gang. Ja, Anton, ich bin ausgeliefert. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Hier, Marcel. Sauber, sauber. Sauber. Ey, mein Gott, Alter! Ey, das fuckt so heftig ab, Mann! Boah, frisst das C4. Gut, ist mir auch egal, wenn ich selber dabei sterbe. Ja, jetzt reicht's mir, ey. Die Busse da hinten, Marcel! Die Busse im Jahr 2018, Digga! Nein! Nein! Ganz hinten da im Fischerboot, Digga! Hier, die dicke Anna sitzt in einem Boot, Alter! Wo ist er denn? Er holt den! Halt! Marcel, die Busse da hinten! Schau mal, was hab ich für einen Streak? Ich hatte einen 14er Streak oder so, aber trotzdem. Ganz hinten im Spawn, Digga, bei C, ganz hinten im Fischerboot! Ich geh da jetzt rüber. Ich geh da grad hin. Alter! Ey, Digga, Hauptsache, Marcel, ich renn so hin. Ich denk so, ja, easy kill, dies, das. Free kill. Auf einmal gibt er mir übelst du zu. Habe ich mir zweimal geholt. So jetzt. So. Kann ich nur boosten, Alter. Der andere kommt jetzt wieder. Ey, wie? Digga, der Booster macht richtig... Oh mein Gott, hätte ich den auch noch geholt. Der Booster macht so ernst, Digga. Mann, Alter! Wenn Felipe keine Redboxen hat, dann... Der hat Redboxen, der hat Redboxen. Das ist ganz so schön ausgesprochen wie so ein Blutsitaliener. Wie kommst du da raus? Felipe. Ich hab so einen Aim gerade, jetzt veraim ich alles. Ja, komm. Wo ist der andere? Wo ist der? Ich weiß doch, was da ist. Ich hör hier Schritte. Ja, hier. Bo2 hab ich noch nie so laut Schritte gehört, wie bei dem Typen gerade. Acht Schüsse noch, ist mir egal, den hol ich noch. Jawoll. Ein Okay. Nee, komm vorne links. Ich hab gleich Orbi. Mir reicht's jetzt auch. Nein! Felipe! Mit so'n Goku Alter als Emblem, Mann! Mit hochten Haaren! Hab Orbi. Nee, er spielt, Digga. Es ist so alles gegeben dafür. Er hat so Redboxen, Felipe! Er hat so Redboxen! Ja, das T4 kannst du aber nicht kontern. Wup! Ah, schade. Der war schon... Er hat so Redboxen, Felipe. Bitte guck's dir an, Anton. Bitte achte da mal drauf. Ey, ich achte drauf. Ja, den Scorpion Evo nehme ich jetzt mit. Da kann er ruhig mit Redboxen kommen. Mann, was machst du da? Ja! Ja! Ja, er holt mich! Oh, Mann, Digga. Ehrlich nicht. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Nein. Felipe, hör auf. Felipe, schau mal wie er pre-fired! Felipe, Digga, du bist doch ein kleiner Hund. Vassilon Junior ist aber auch der Beste, Digga. Ja, er pre-aimt doch da hinten. Mit seiner Elsa. Ja, er pre-aimt doch, Mann! Boah, ey, Leute, guck mal wie man schwitzen muss 2018 in diesem Game. Es spielen nur noch Götter, dieses Spiel, wirklich. Oh Gott, Marcel, Marcel! Guck dir bitte die Klicke, Mann! Guck dir die Klicke, Mann! Okay, Digga. Oh, 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 oh! Erledigt! Was passiert für sein Leben, Digga. Digga, vor allem du machst ja durch hinlegen... Ja, durch hinlegen machst du eigentlich die Trefferfläche größer. Wie konnte er dich nicht töten, Digga? Er hat so gechockt. Sauber, Digga. Komm, wie wird die Rappen? Komm auf Scoreboard! Aber, Felipe, was willst du machen, Digga? Er hackt halt nun mal! Mann, ich weiß, dass er da drin ist. Ich weiß es. Oh mein Gott, hab ich ihn gerapet! Und drum? Oh Gott. Wie wird's gesichert? Ja, Eroberungsabschluss. Oh, Mohamed. Danke. Holst du die beiden? Ich hab gleich, glaub ich, Dingens. Ich hab Orbi. Sauber, hau raus. Sauber, 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 Sauber. Oh, Tim, Himmel, Alter. Ich mach jetzt immer auf den Scheiß. Äh... Was soll ich machen? Das ist eine Abschusskette. Drei. Vier. Fünf. Ah, Scheiße. Ey, Felipe hackt! Ich schwöre es dir! Er ist weak, Anton. Er ist One-Shot. Ich hab... Okay, schon. Ich hab nur noch drei Schüsse im Magazin, Digga. Ich hab zwei davon getroffen. Eins, okay. Hä? Aber es geht, Digga. Wie geht das, Mann? Nein, in Wahrheit hab ich fünf, zehn Schüsse und alles passiert. Ah, okay. Sehr gut. Die laufen wieder alle schön unten lang. Wieder Orbi. Yo, nice. Ah, nur Prefy hat mich schon wieder. Die sichern natürlich C, die Mei. Digga, sorry, was do ich machen gegen den? Drei Dort auf B. Ey, was soll ich denn da machen, Mann? Ich hab auch Orbi, ja. Ah, ich hab auch rausgehauen in derselben Sekunde wie so ein Vollidiot. Mein Gott. Mein Gott, bin ich behindert. Mann, Digga. Philippe. Alter, ich schorf ihn jetzt mal an. Ja, Digga. Absolut hat er die Dinge. Aber er hat... Er aimt halt so schlecht. Ja, genau. Er aimt halt schlecht. Aber irgendwann holt er dich halt, ne? Er ist halt diese Mischung, von der ich am wenigsten Respekt hab. Wirklich. Ja, Philippe schießt schon wieder, bevor es hier los geht, Digga. Boah, Digga, diese eine Wand kenne ich besser als alle Wände bei mir zu Hause, Digga. Man kann Philippe trotzdem so oft playen manchmal. Ja, ich weiß auch nicht, wie kann man so schlecht sein? Ja, Konterdrohne. GG's in den Chat. Let's go. Man kann die schon feeden, ne? Absolut. Was? Der hat mich gerade angeschossen. Ach, der ist oben. Natürlich. Philippe mit seiner geilen Redbox, Digga. Wirklich krass. Er steht 25, 37, Alter. Okay, Leute. Das war heute das Über-Video gegen... Wir haben wirklich heute... Also, Anton wirklich Only gegen Triards gespielt, ne? So gestört. Lasst ein Like da, Leute. Würde ich mich drüber freuen. Checkt den anderen Kanal ab. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Huch.